Die Wachablösung der Königlichen Garde in London ist stets ein Anziehungspunkt für Schaulustige. Lass sie ans Teleskop. Hier. Vor der berühmten Kulisse des Towers spielt der neue Kriminalfilm Das Verrätertor. Nach einem Originalroman von Edgar Wallace. Und das hier ist der Wegfield Tower, auch Juwelentower genannt. Modernste Alarmvorrichtungen machen Ihnen heute einbruchsicher. Ich bin an den Sehenswürdigkeiten Londons interessiert. Draußen am Zeitungsstand sagte man mir, ich würde hier ungewöhnliche Sehenswürdigkeiten finden. Ein merkwürdiger Zufall stellt einen harmlosen Touristen in den Mittelpunkt eines aufsehenerregenden Kriminalfalles. Wer steht hinter diesem geheimnisvollen... Mit deinen Fragen zu quälen, will ich dich überhaupt nicht heiraten, verstehst du? Ehrenwort. Ich frage dich nie mehr. Kuss. Danke, mir ist das Ding zu krumm. Ich habe nichts zu bieten, was 25.000 Pfund wert sein kann. Sie sehen jemandem ähnlich und das ist viel wert. Um ein fantastisches Ziel zu erreichen, scheut eine Bande vor keiner Gewalttat zurück. John, was ist denn? In dem Film, Das Verrätertor. Ein unbekannter greift nach dem Kronjuwel. Ist er der Anstifter? Das ist ja ungeheuer, Lenni. Warum sollte ich denn? Oder Sie. Sie wollen den Tower einbrechen. Lass mal. Halt! Mehr! Toller Apparat. Jeder, der den Plan gefährdet, wird gehetzt wie ein Haarsbruch. Sie, Sie werden doch keinen Brillenträger schlagen, ne? Diese Banditen sind hemmungslos. Wir sind soweit. Die Nacht der Entscheidung ist angebrochen. Kommen. Die moderne Technik im Dienst skrupelloser Verbrecher. Halt! Wer kommt da? Die Schlüssel. Wessen Schlüssel. Königin Elisabeth Schlüssel. Wer sind Sie? Drehen Sie sich um. Es ist unmöglich, von Edgar Wallace nicht gefesselt zu sein. Gelingt das perfekte Verbrechen? Die britische Krone ist in Gefahr. Wir trinken auf 25.000 Pfund. Verdammt! Hier spricht die Polizei. Helpen Sie mir! Es geht um das Leben vieler Menschen in dem spannungsgeladenen Edgar Wallace-Film Das Verrätertor. Erreicht ein Verbrecher sein wahnsinniges Ziel? Das erfahren Sie in diesem aufregenden Film. Aber beeilen Sie sich. Es ist eine Bombeantwort. Keine Aufregung. Ich kenne mich aus den solchen Dingen. Ich habe die Bombe entschärft. Ich habe die Bombe equipiert. Ich habe die Bombe angst. Ich habe die Bombe, der Schmerz des Überrasch.